Seit 15 Jahren haben wir den Roto NT verarbeitet, womit wir sehr zufrieden waren. Jetzt haben wir umgestellt auf den Roto NX, weil wir uns dadurch, sage ich mal, noch eine kostengünstigere Produktion und Lagehaltung versprechen. Der neue Beschlag ist noch besser zu montieren und zu fertigen. Passt auch gut zu unseren Maschinen, da versprechen wir uns eigentlich einiges von. Also an einen Drehkippbeschlag stellen wir Anforderungen, dass er sich leicht verarbeiten lässt hier in der Fertigung, dass es da den Leuten leicht von der Hand geht, dass die Beschlagsvielfalt möglichst gering ist, dass wir keine große Lagerhaltung vorhalten müssen, dass die Montage auf der Baustelle möglichst einfach vonstatten geht, hohe Gewichte sollten abgeleitet werden. Das sind für uns wichtige Eckpunkte, die ich an einen Beschlag stelle. Wichtiger Aspekt ist der Sicherheitsaspekt, weil wir halt im Objektgeschäft tätig sind, wo in Großstädten immer mehr die Anforderungen auf RC2 teilweise auch schon höher gestellt werden. Das ist mit diesem Beschlag sehr gut realisierbar im RC2-Bereich. Komfort, einfache Bedienung, einfache Reinigung bei diesem Beschlag ist auch wunderbar gegeben. Das ist mit der Roto für uns zu haben. Der Roto ist eine spezielle technologie für den Norden und NX in der Śląskiej Fabrik. Der Roto ist eine spezielle Technologie für die heute Polen im Ryn zu handel. Wir wollten das in der Produktion für die Technologie von XXI. Die Technologie, die Aufmerksamkeit, 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 die Aufmerksamkeit sind, dass die Klienten nicht mehr Probleme mit seiner Stolark zu haben. Wie ist die Roto NX? Wir haben eine Art und Anwalt für eine Bauchung. Wir arbeiten mit einer Länge und die Länge, die sich immer mehr klein war, was wir in der Zeit, um die Verlust zu geben, aber wir arbeiten mit einem Anwalt zu dem Anwalt zu halten. Aber ein Anwalt zu einem Anwalt zu unserer Klienten ist, was wir verbessern, wenn wir unsere Zeit, die Zeit. Wir haben installiert eine neue Linie, die sicherlich sein wird, um die Zeit zu verbessern, unsere Qualität zu verbessern und, in definitiv, ein bisschen mehr glückliches. Für mich, das wichtigste ist, ist es einfach zu installieren, zu maintainieren, dass es sehr wichtig ist, dass wir in dem Zeitpunkt geben, mit ein Mantenimiento Minimum und natürlich, wie es logisch, dass wir uns eine garantie von Sicherheit, von confort und so weiter.